Ah Stopped Weed Ich will doch einfach nur handeln um Steam sale Ich will euch handeln Ihr seid böse Viecher Euch mag ich nicht So viel Geld nichts damit einzusetzen Oh godis Ne Uh Den könnte ich irgendwann hier sein Oder Sonst würde ich auch keine Ahnung Im Moment der ist vielleicht auch angeeckt Das wird wir dann wahrscheinlich da sein Ne Da haben wir noch Bomben Dann ist er wahrscheinlich hier Oh Oh ich weiß nicht Die Gaze Ok Ne Ne Die nehm ich bestimmt nicht mit Ich hab so viel Ich hab so viel Herz Wie die Katzen mir ihr Leben gibt So So Mal was müsste ich denn nicht Ja Ja Ich würd sagen Warte mal was war zu Ende Und schnell das dann irgendwo in der Mitte halb Das heißt wenn ihr jetzt irgendwie einen Cut erlebt Dann äh War es doch zu lang Ich hab keine Ahnung was ich jetzt eingesammelt hab Ich hab's einfach mal ein Los Oh Oh. No. Okay. die anderen voll diese perversen die meine future open your eyes and see we have a battery in the battery pass auf woher alle räume und jetzt bin ich in der batterie super fliege aber lieber bombsack hieß sollte ich benutzen naja muss ich mal kurz machen da kommt ein lack also ich musste hier andauern was rauskommen für alles noch bomben hier raus holen jetzt war der fehler ja ja jetzt kommt noch ein Schlüssel raus oder was das ist assi komm ich brauche bomben mein freund bomberman bomberman den lachs der kann gar nicht so schief gehen dritte fliege die bomben benutzen aber ich habe Angst wenn was von der kanten geht die bomben benutzen bevor ich das mache anklage nur bomben ziehen und noch mehr fliege zogen keine bomben mehr für bosskämpfe wir haben auf jeden fall geld habe hier genug von der wird hier müssen nur ein freischalten ah ja jetzt kommt keine bombe mehr ich wusste dass jetzt keine bomben mehr kommen das ist ein raum wo ich eine bombe sehen könnte da ist ein bomb dabei oder zwei kisten pro raum kriege gibt es hier kein secret room von da oben das kann gebrochen anstrengen leben sollten hoffentlich schaffen den boss kann ich gar nicht mit lifetam ich muss immer wieder auf Feuer heinen Das war's für heute. Ey. Au. Ich hab mein Name. Ja. Du bist hier. Giess, ich krieg. Ich kriege die linie. Dann ich mache μου forschen. Da bin ich dein Mann mit. Nein, ich 단对 ein Mann zu sein. ja 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 Hey! Fehl Ziel, ne? Ah, boah ein Foto. Hm, da eine Kiste? Ne, ab hier gibt's ja nur noch Boss. Uh! Nein! I won't touch this. Was? Ein Herzschaden für... ...Bin. Yep. Zwei Herzschaden. Ah, drei Herzschaden. Was? Das war's. Oh. Oh! 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 ich hab noch nicht rausgefunden ein herz das brauche ich ich kann ja nicht rein flogen die böse kacke haben sie viele bomben ja das passiert hier kann ich nicht können angebunden kein problem kann ich fliegen kein problem super amager die ein ein blöcker fliegen wenn man fliegen kann ist ja gar nicht so schwer wenn ich jetzt trotzdem wo ich nicht was kommt sogar alle römer aufgemacht habe bomben ich bin cool als ich viele kisten droppen eigentlich habe ich nur reife der der da legen ein herz ruhen das heißt was tun raus wir haben die bombe mit nach irgendwelche zu suchen weg aufgang und drop nichts blau sind wir nicht gegessen diese Wartes in Heimat Wartes in die ganzen Pupples Zu dem einfachsten Wurde sich irgendwie weiterentwickeln zum gefährlicherem Pops Akis Ah, Yashagi Du ist das doch schon Erschlecken Wartes in der Spektrum Der Koppel wird geschlossen Egal Im Großen Raum ist ja kein Problem Du kannst so viel fliegen und dann so schnell Dann kommst duだから auch Aber in kleinen Raum dass ich noch kurz dazu habe opfern kann ich nichts so naja fragt natürlich sieht erstmal kurz zeigen 0 11 73 mmk 9 gegen das herz diese augen nervig da drin sein hat sie war überall Rote, plopst. Oh mein Gott, im Arm gestürmt. Ja. Ich habe nicht das Polaroid aufgesammelt. Den Code-Hänger. Juhu. Na, erledigt. Die hat mir noch gedauert, jetzt kann man zwei teilen. Bis zum nächsten Mal, tschüss.